Warum dieser Kanal? Nun, ich probiere gerne mit Bild- und Videobearbeitung herum und ich liebe und bewundere Helene Fischer. Da liegt es nahe, dass ich einen solchen Kanal betreibe. Ich bin kein professioneller YouTuber. Ich bin nur ein Laie, aber ich tue es gerne. Warum Helene? Ich bewundere sie einfach. Sie hat große Bedeutung in meinem Leben und bereichert mich. Sie ist wie eine helle Sonne und ihre Ausstrahlung hat einen großen positiven Effekt für mich. Ich finde sie so strahlend, so freundlich, so positiv. Ihr Charisma beeindruckt mich einfach. Und nun, ich mag einfach ihre Musik und ihre Auftritte. Das heißt doch dann, wenn ich nicht ganz falsch liege, dass sie jetzt hier durch diese Tür kommen müsste, oder? Sie war so lange nicht auf einer großen Bühne. Heute Abend ist es endlich wieder so weit. Herzlich willkommen, Helene Fischer. Liebe Helene, schön, dass du da bist. Hallo, Kai. Ich würde dich gerne drücken. Wir müssen das jetzt leider so machen. Ja, schön, dass du da bist. Danke. Endlich wieder auf einer großen Bühne und eine Bühne, die dir ja durchaus auch vertraut ist. Ja. Ja, wie fühlt es sich an? Es ist Ihre Show. Eine Einladung in Ihre Welt. Die Welt der Helene Fischer. Ein herzliches Hallo nach Deutschland. Ein Servus nach Österreich und ein Grüezi in die Schweiz. Zum neunten Mal zelebriert Helene Fischer ihr ganz persönliches Showfeuerwerk am ersten Weihnachtsfeiertag und begeistert damit fast sechs Millionen Fernsehzuschauer. Mit Weltstars. Mit umjubelten Duetten. Mit Evergreens des Musicals. Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Mein Gott, jetzt hat sie's. Mein Gott, jetzt hat sie's. Mit Comedy und Artistik. All das ist die Welt der Helene Fischer. All das ist die Helene Fischer. Du machst mich und mein Leben groß. Neben dir bin ich schwerelos. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Weil du total aus der Reihe tanzt. Ein Mensch wie du gibt dem Leben Glanz. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Vielen Dank.